Diese Gründer packen es an. Es gibt immer noch eine Milliarde Menschen auf der Welt, die überhaupt gar keinen Zugang zu Strom haben. Elektrisiert ihr mobiles Kraftwerk die Löwen? Ich finde das sehr überzeugend, dass sie sagen, man tut was Gutes und man verdient auch Geld. Und? All unser Fleisch kommt aus der freien Wildbahn, ganz ohne Tierleid, ohne Massentierhaltung. Ein nachhaltiger Leckerbisch? Fleisch ist für mich momentan keine Form der Innovation. Die Höhle der Löwen. Dienstag, 20.15 Uhr. Die Höhle der Löwen. Dienstag, 20.15 Uhr.